Hey, meine Rabe-Walken und herzlich willkommen zu einer neuen Episode, heute zusammen mit der Linske. Halleschön, hi. Wir schauen, nee wir spielen nicht, wir schauen. Wir schauen uns heute lustige Minecraft-Situationen an, Fails und lustige Features und wenn was Krasses passiert und so weiter. Was uns genau erwartet, wissen wir natürlich selbstverständlich, weil wir haben es ja noch nicht angeschaut. Aber da sollen richtig geile Dinger dabei sein. Ich bin gespannt, da ist unbedingt ein Daumen nach oben da, wenn ihr mehr Reactions sehen möchtet. Und wir legen los, 3, 2, 1, go. Clip Nummer 1. Okay, wir haben hier ein Nether-Portal, aber, oh das ist mega geil, ne? Das ist der Clip, den hatten wir vorher schon geschaut, deswegen wussten wir auch, dass das Video geil ist. Überleg mal, dass er wirklich in Minecraft so, dass ich mega geil finde. Ja, das wäre mega cool. Überleg mal mit einem End auch, wenn wir so den Ender-Drachen beobachten können, das wäre übrigens cool. Okay, der erste, den wir noch nicht kennen. Okay. Okay, was passiert? Okay, der hat auf jeden Fall Shader auf Maximum. Ja, aber der hat eine fette Höhle. Okay, Autobahn. Oh, klar. Er hat eine Autobahn. Clever. Oh, ich glaube, das ist so übel schnell. Oder ist das nicht die schnellste Möglichkeit in Minecraft, sich überhaupt fortzubewegen? Ja. Alter, das war einfach abnormal schnell. Okay, jetzt ist es vorgespult. Ja. Aber warte mal kurz. Ich würde mal ganz kurz ein bisschen zurückspulen, weil ich glaube, der hatte, das ist glaube ich kein Deutscher gewesen, aber ich glaube, der hatte Auto falsch geschrieben. Kann das sein? Das ist richtig. Nee, der hatte Auto falsch geschrieben. Aber lass uns mal weitergucken. Hat er es richtig geschrieben? Ja, ohne Probe. Okay, lass uns mal weitergucken, was jetzt passiert ist. Geht es nach oben? Ah! Reingeguckt. Okay, nächster Clip. Der war schon nicht schlecht. Okay, der spielt auf Playsy, glaube ich. Mhm. Okay. Was macht er jetzt? Er spawnt 200 Villager in so einem... Oh mein Gott. In so einem übelsten Massentierhaltungsding. Äh, ich weiß nicht, was passiert, Leute. Wir müssen selbst gucken. Oh mein Gott. Oh, ha, Alter. Oh. Ja. Es hat mir jetzt ein bisschen leid. War ein Feuerwerk. Aber geht das mit jedem Tier, Mensch, alles? Oh, keine Ahnung. Oh, das ist... Alter, guck mal, wie das gebaut ist. Das ist ja... Okay, er baut... Aha, er glitscht sich da jetzt irgendwie so rein, ne? Okay. Oh, okay. Alter, er macht einen Stuhl. Woher wusstest du das, Alter? Hä, das ist ja mega der krasse Trick. Hä, kann er sich da jetzt reinsetzen und sitzt dann auf so einem... Oh, ha, Alter. Das ist ja der heftigste Bautrick. Kannst du den schon? Nee. Oh, jo, jetzt sitzt er da einfach... Okay, sieht schon ein bisschen buggy auch aus. Ja, sieht ein bisschen komisch aus, aber... Aber schon auch geil. Okay, und der zockt auf Handy, Alter. Oh, Mike. Okay, der hat sich aber selbst... Okay, was ist jetzt hier? Guck mal, Raid. Raid steht da oben. Okay, Raid heißt, dass so Villager dein Dorf angreifen. Neues Feature. Und die Eisengolems verteidigen es. Ah, ja, die greifen dann auch mit diesen dicken Dingern an. Wie heißen die nochmal? Eisengolems? Nee, 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 nee. Diese neuen, diese Schlepper. Oh, Alter, wie die abgehen. Okay, Mobs remaining. Einer noch, ein Mob. Easy. Okay, weiter geht's. Die haben alle so krasse Dinger gebaut, ne? So richtige Festung. Ja. Ein Portal? Er geht... Oh, Alter. Yo, der hat seine ganze Map. Das ist halt wirklich die ganze Map. Oh mein Gott. Mit einem Football-Feld, einem Baseball. Oh mein Gott, ich wusste gar nicht... Also, ich wusste schon, dass man eine Karte platzieren kann. Aber ich wusste nicht, dass man die so fett groß kriegt. Oh mein Gott. Der ist crazy. Und da ist auch verdammt viel Wasser, ne? Wenn man es immer so betrachtet. Ja, stimmt. Regenbogenteppich. Okay, er macht irgendwas mit World Set Fire. Ah, TNT, Alter. Und da steht was drunter. Was steht? Minecraft. Okay, nicht schlecht. Versteckte Botschaft unterm Teppich. Alles klar. Okay, weiter. Der spielt ohne so Hatz, ohne Anzeigen. Oh, wie cool sieht das denn aus? Jo, das sieht echt mega cool aus. Wie hat er das mit dem Schwein hinbekommen? Das ist ja übelst krass. Keine Ahnung. Ah, da ist das dicke Ding, was ich vorhin meinte. Leute, ich kenne den Namen leider nicht. Aber ihr kennt den bestimmt. Jo, das sieht ja mal so krass aus. Das hat ja... Ja, das geht jetzt weiter. Papa, die Armstadt. Ja, mit Soundeffekten. Oha, Alter. Wie heftig ist das denn? Ist ja krass, wenn jetzt einfach so eine bekannte Melodie entstehen würde. Jo, der hat es sogar abgebaut. Oh mein Gott, wie cool ist das denn? Oha, halbe Animation im Spiel. Geht's noch weiter, die Story? Okay, der danzt da auf jeden Fall heftig ab. Ich glaube, okay, das war's. Ah, die tanzen, das kenne ich schon. Ja, 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 die tanzen zu der Mucke. Das hat ja auch in meinem Schülerkalender. Die danzen, die danzen richtig heftig ab. Ich hab da krasse Clips gesehen. Wir sind zurück auf der Autobahn. Oh Gott, der hat den einfach... Oh mein Gott. Der fährt mit? Was ist das? Blinder Passagier, das ist das Skelett. Nee, der rennt. Hey, wieso sprintet der so schnell? Ach, wegen den Schienen, oder wie? Nee. Keine Ahnung. Hey, warum? Ist der Typ so langsam oder ist das Ding so schnell, Alter? Hey, guck mal, wie schnell der einfach sprintet, Alter. Das ist weg. Das war auf jeden Fall German Autobahn. Okay. Okay, er baut das Portal nicht ab. Er platziert da einen Spender oder Werfer oder whatever. Und baut ihn wieder ab. Sehr gut. Na ja, er macht jetzt irgendwas. Ja, irgendein Glitch. Ja. Hä? Hat er sich irgendwo anders teleportiert? Nee. Doch, safe. Was jetzt? Oh, er cheatet. Jetzt. Ja, er muss cheaten. Doch, doch. Er kann cheaten. Wenn er open laden macht, kann er sich Game Mode geben. Ach so. Okay, was jetzt? Das ist auch auf Konsole wieder. Auf Play. Xbox. Auf Xbox. Okay, er platziert da Haufen Hühner. Die Arme, Alter. Wieso sind eigentlich immer Hühner die, die da so eingefärscht werden bei den Leuten? Oh, nein. Oh, du Dulli, ey. Wieso rettet der da rein? Du warst frei. Also ein Golem klopft an. Ah, da ist ein Zombie. So ein Ertrunken da drin, oder? Alter. Weggeflext, ey. Mega. Okay, was jetzt? Höhle. Ich weiß auch nicht, was passiert. Oha, ist das eine OP-Spitzhacke. Guck mal links oben, wie schnell der abbaut. Oh. Oh, nein. Hä? Er ertrinkt und brennt gleichzeitig. Ist das normal? Hä, aber wie krass deine Rüstung einfach ist. Ist halt echt so. Er kriegt einfach keinen Schaden. Ja. Ach stimmt, man kann ja ein Lava auch ertrinken jetzt, ne? Okay. Das war heftig. Der hatte übelstes OP-Gier. Okay. Was, was, was? Was ist das für eine Version? Oh. Jawohl. Oh mein Gott, das hab ich ja noch nie gesehen, Alter. Etwas öffnet sich. Ein Portal. Hä? Okay, das hab ich ja noch nie gesehen. Oh, ein Zauberer. Moin. Guten Tag. Guten Tag, was wollen Sie? Tschüss. Ciao. Hä? Das ist aber nicht noch mal eingeschaffen. Das war weird. Hä? Okay. Das ist entrindetes Holz, Leute. Erkenn ich so. Hä, da war ein Knopf. Hab ich grad gesehen. Ja auch nicht. Oh. TNT. Okay, es ist offen. Aber auch halt auch nur einmal. Können wir mal ganz in die Tür nicht benutzen. Okay. Hä, das ist ein Händler? Na, das gehört nicht zu Minecraft. Was ist das? Was verkauft der? Capri-Sonne? Hermaraldo. Oha, Alter, mit Bier. Ach nee, das ist so ein Hütchenspieler. Ja, klar. Ich wollte schon sagen, Bier. Ich sage so Bierpässe. Okay, hast du zugeguckt? Ich nicht. Nee. Ich glaube, Mitte. Oha, meinst du Mitte? Hm. Warte. Du hast recht, Alter. Es ist Mitte. Okay, was kriegt man, wenn man gewinnt? Also, nee, eigentlich hat der ja voll... Hä? Alles weg. Es ist einfach ein Betrüger, Alter. Oh. Haut der jetzt ab? Ja. Okay, Alter, das ist mega gut geworden. So ein Hütchenbetrüger, Alter. Okay, was jetzt? In der Wüste. Bisher relativ, äh, sieht alles normal aus, Leute. Braucht der jetzt wieder was ab und... Ah, eine Katze, wenn die mir... Oha, Alter, ein ganzer Fluss. Die arme Katze, ey. Das war Domino Day. Ja, halt echt so. Domino Day gibt's das überhaupt noch? Das gibt's gar nicht mehr, ne? Oh, der erste PvP-Clip. Save mit Ender... Nee. Save mit Ender-Perle. Wieder. Nochmals. Nein, doch. Nochmals Save mit Ender. Als ob, Alter. Als ob er wirklich noch gewonnen... Nee, er hat noch nicht gewonnen. Ja, Mann. Ah, der will, glaube ich, einfach nur flexen, was er gebaut... Ja, sieht schick aus, aber ich dachte, jetzt passiert noch... Muss ich mir sehen, was krasses. Er hat halt ein Dorf gebaut, ne? Mhm. Ah. Ach, im End hat er das gebaut. Ja. Okay, das ist cool. Er ist einfach im End gebaut. Auf die Idee bin ich ja noch nie gekommen, da was zu bauen. Stimmt, man kann ja auch ein Haus bauen. Das ist alles, Alter. Guck mal, wie viel Arbeit das da angeweisen ist. Jo, Alter. Und das ganze Gras überhaupt dahin zu bekommen. Er ist halt auch nicht mal im Game-Bot. Ich glaube, ihr habt das wirklich so per Hand gebaut. Ja. Weil er hat halt auch so krassen Loot, deswegen... Alter. Heftiges. Heftiges Schwert auch. Oh, wieder eine Autobahn, aber eine andere. Ja, diesmal nur mit zwei. Also... Oha, ist die nicht... Die ist noch schneller, oder? Die weiß ich nicht, aber es ist weniger Eis. Sie ist zumindest gleich schnell und weniger... Nee, die ist schnell. Alter, guck mal, der backt richtig. Der save... Die save schneller. Boah, Alter. Das ist nice. Okay, da muss man sich merken. Immer nur so abwechselnd. Okay. Komm, wie lang die einfach raus ist. Ich meine, der ballert ja da wahrscheinlich mit 100 kmh lang. Kurve? Ah, Kurve kann er nicht. Okay. Egal, weiter. Von 0 auf 100. Bam. Schaut, dass man den Speed nicht sieht. Das wäre noch mega interessant. Oder ist das C, der Speed? Nee. Ich weiß nicht, was ist ein C? Keine Ahnung. Boah, das baut sich nicht mal mal auf, weil er so schnell ist einfach. Ho. Nice, nice. Das ist cool. Autobahn. Oh, warte, der hat da noch was. Jo, er backt halt komplett rum, weil er so schnell war. GG. Fuchs. Und Fuchs. Warte. Totem. Nimmt der das? Er hat es genommen. Ah, das ist ja unsterblich einmal. Der hat es im Mund. Hä, der hat das im Mund? Ja, der hatte das im Mund. Und deswegen war er unsterblich. Deswegen hat er gerade den Schlag überlebt. Hä, das wusste ich gar nicht, dass Füchse das benutzen können. Wusste ich auch nicht. Hä, ist ja übel cool. Okay, eine ziemlich fette Welt. Oh nein, ich weiß jetzt schon was. Also ich dachte, er guckt auf die Karte und fällt da runter. Okay, was hat er vor? Er hat einen Kürbis in der Hand. Jetzt kommt irgendwas Krasse, was man noch nicht kennt. Hä, der Slime ist einfach direkt in die Lava gesprungen. Katze? Nein, die Katze fällt runter. Oh. Oh, Alter. Die hat überlebt. Ach ja, Katzen kriegen ja keinen Fallschaden. Ja. Stimmt, kannst du vergessen. Nice. Aber das geht doch sowas von schief. Dieses Magma-Ding macht ihn fertig gleich. Oh, mein Gott, Alter. Was? Der eine Lava, wie heißt denn die überhaupt? Magma. Magma-Slime hat den auf den Kopf des zweiten Lava-Slimes geballert. Und der, Magma-Würfel heißen die, ne? Ist ja auch egal, wie die heißen. Auf jeden Fall war das heftig. Was ist da unten mit seiner Leiste? Das ist ja richtig was komisch. Ich glaube, das ist aber nicht so, ne? Darum geht es nicht. Okay, um es. Oh, das Haus hat sich verändert. Nochmal. Oh, Alter. Wie hat er das denn gemacht? Okay, das ist ziemlich cool. Das ist so voll der geheime Raum. Mit Command-Blöcken. Okay, hat er jetzt noch was? Jetzt kommt er woanders. Jo. Jetzt muss der ja nicht mal durch die Tür gehen. Jetzt muss er es nur noch einrichten. Okay. Ja, was? Ah, jetzt kann man da runter. Das ist so halt so ein geheimes Haus. Das ist heftig. Das ist ja wieder am Anfang. Und jetzt die andere Seite. Hm. Oh, so kommt man raus. Ich hoffe, dir hat diese Episode gefallen. Wenn ja, dann lass unbedingt deine positive Bewertung da. Für mehr Reactions. Vergesst nicht, meinen Kanal direkt auch kostenlos zu abonnieren. Plus, klick jetzt auf die Mitte einfach drauf, wenn du zur nächsten Microsoft-Episode kommen willst. Bis dahin, dein Benson, euer Benson, die Stars. Ciao. 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 Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.